Was trägt das Münchner Kindl, wenn es nicht Münchner Kindl Club trägt? Also ich trage natürlich ein Dirndl, aber ich habe auch eine Lederhose. Und ganz wichtig beim Dirndl vor allem ist, dass es halt knielang ist und nicht zu kurz ist, weil das schaut dann billig aus und das soll ja nicht so sein. Das Dirndl ist ja immer noch was Traditionelles und das soll ja auch das beibehalten. Was trägt Münchner Kindl selbst am liebsten? Hat es bestimmte Farben? Also mir ist aufgefallen, die meisten Dirndl, die ich habe, die sind rosa. Aber jetzt habe ich mir dieses Jahr, eben weil ich jetzt nicht mehr Kindl bin, dachte ich mir, jetzt kaufe ich mir mal ein bisschen besseres Dirndl. Habe ich mir jetzt mal eins gekauft in blau, grün und ein bisschen rosa ist auch dabei, aber da freue ich mich schon, wenn ich das tragen darf. Das ziehe ich dann auch gleich an, wenn ich mich dann umziehe am Samstag. Das Münchner Kindl studiert ja in London. Hat es in London auch schon mal ein Dirndl angehabt? In London noch nicht, aber da gibt es auch ein Oktoberfest. Also das machen die immer. Am 30. ist zum Beispiel was, in so einem Club in London. Und die haben auch in Shoreditch auch ihr eigenes Oktoberfest.